Ey, das glaubt mir jetzt keiner. Ich bin gerade am Schneiden vom HSV Schalke-Spiel, weil ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt, hab das Spiel live mitverfolgt aber. Und jetzt kommt die Top-News. Steffen Baumgart wird entlassen. Ja gut, okay, das Video kommt trotzdem, aber Leute... Was? Macht mal ein halb lang, wirklich. Ich hab gedacht, vielleicht keine Ahnung, kommt die Meldung morgen oder so. Aber gut, okay. Steffen Baumgart wurde entlassen und ich finde das... Ja, wie finde ich das? Hm, jetzt hättet ihr gerne wahrscheinlich das Schalke-Video gesehen. Das kommt auch noch, aber ich sage wirklich, Stefan Kunz sehr, 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 sehr gut gemacht. Wow, ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber du musst jetzt richtig aufräumen. Ein Klaus Kosta musst du auch rauswerfen, denn der ist für die Mannschaft auch zuständig gewesen. Auch noch im Winter viele neue Gesichter holen und viele alte Gesichter eben, ja, sehr, sehr weit weg schieben. Wir brauchen einen kompletten Umbruch eigentlich und das ist enorm, enorm schwierig im Winter. Ich weiß es, weil natürlich, ne, welcher Verein gibt da schon seine guten Spieler ab? Die wollen natürlich alle ihre Spieler abgeben, die es eben nicht mehr drauf haben. Aber Stefan Baumgart wurde eben jetzt geratet, Top-News, Top-Top-Top-News entlassen und ich finde das unglaublich gut, unglaublich richtig. Ich habe wirklich gedacht wahrscheinlich, dass ihm Stefan Kunz nochmal das Karlsruhe-Spiel gibt oder vielleicht sogar erst in der Winter-Transfer-Phase eben dann handelt, weil er keine so richtige Unruhe stiften sollte, aber für mich kommt dieser Schritt komplett logisch rüber. Komplett logisch rüber. Die Stimmen wurden lauter, die Fans haben ab der 70. Minute gepfiffen, was auch komplett berechtigt war. Der Fußball war desaströs und ich weiß, Tim Walters Fußball war auch desaströs. Also hört auf, da irgendwie zu sagen, das war wenigstens Spektakel oder so. Das war auch oftmals eigentlich nur Ball rumgeschieben und 80%iger Ballbesitz, aber man hat keine Idee gesehen. Das Einzige, was man gesehen hat, die Mannschaft hat das 30, 40 Minuten lang vielleicht gemacht, diesen Plan, dieses Gegenpressing und danach sind die in alle Einzelteile kaputt gefallen, weil die einfach nur auf 45 Minuten spielen können. Das alles habe ich in meinem Schalke-Video eben nochmal gesagt. Das heißt, gerne könnt ihr das auch noch angucken, denn da habe ich ja natürlich ein bisschen emotionaler gewirkt und alles. Ich bin jetzt komplett überfordert, denn natürlich mit dieser News habe ich einfach nicht so richtig gerechnet. Mit dieser News habe ich eigentlich frühestens morgen gerechnet, aber Steffen Baumgart ist nicht mehr Trainer beim Hamburger SV. Wie findet ihr das? Schreibt es gerne in die Kommentare und wer ist euer Nachfolger? Ja, jetzt kommen wir eben zu den ganzen Gerüchten und so. Wer wird vielleicht Trainer? Ja, Bruno Labbadia. Oh, oh, oh. Nein, aber mal gucken, mal gucken, wer jetzt bei dem HSV übernimmt, wer jetzt es schaffen soll, ja, diesen Scherbenhaufen zusammen zu bekommen, zusammen zu kleben. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, aber man muss auch sagen, ein Steffen Baumgart hatte wirklich genug Zeit, weil auch viele gesagt haben, ja, man kann nicht immer den Trainer rausschmeißen. Ja, aber wenn ein Trainer dann auch noch in den Interviews generell sehr, sehr unsouverän wirkt, sehr pampig. Ich meine, ich habe wirklich so eine Transformation langsam gesehen zu Tim Walter, dieses Arrogante, dieses Überhebliche. Ja, wir haben ja nur zwölf Minuten nicht so gut gespielt. Meine Rechnung war irgendwie, ja, um die zwei Halbzeiten. Also, 50 Minuten haben wir gut gespielt, muss ich wirklich sagen. 45 in der ersten, fünf Minuten am Ende wie immer wieder, weil der HSV wollte ja noch gewinnen, ne, den Anschein machen. Aber danach, die restlichen Minuten waren einfach zu wenig. War einfach, ja, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Und das sind einfach über 40 Minuten lang gewesen, die wir eben mit Nachspielzeit natürlich kein Fußball mehr gespielt haben. Und das hat sich gezogen, das hat sich gezogen. Stefan Kunz hatte ja damals schon gegen Elversberg gesagt, er will jetzt eine Reaktion sehen. Diese Reaktion hat er gar nicht mehr bekommen. Also, nach Elversberg kam ja gar nichts mehr. Und wer so lange eben sieglos bleibt beim Hamburger SV in der 2. Bundesliga, wir sind nun mal, ich weiß, viele sagen ein normaler 2. Liga-Verein. Aber wir sind natürlich von der Größenordnung her ein großer Verein in der 2. Bundesliga. Und da kannst du es einfach dir nicht erlauben, so viele Punkte wegzuschmeißen. Gerade gegen ein desolates Schalke, da war viel, viel mehr drin. Zu Hause musst du sowieso deine Punkte holen. Und wie du die eben wieder verschenkt hast, aus dem Nichts und auch die Aufstellungen und, und, und. Und es hat einfach keinen Sinn mehr gegeben. Und Gott sei Dank, Gott sei Dank ist jetzt der Fiebertraum einfach mal wirklich zu Ende. Ich bin wirklich gespannt, wen wir als Trainer bekommen. Dazu werde ich auch noch ein paar Videos machen. Was sind meine Trainerkandidaten, welche werden gehandelt. Also seid gespannt. Und ja, wir haben glaube ich heute Abend beim Kick Sunday richtig, richtig viel was zu bereden. Ich freue mich auf euch heute Abend, so um die, ja sagen wir 18, 19 Uhr schon. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch, auf eure Stimmen. Und ja, Steffen Baumgart, Moment, 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 Moment. Ich weiß, ey, das ist trotzdem ein Mensch. Er hat alles versucht, aber es hat halt nichts genutzt. Sein Fußball war schon bei Köln eigentlich für mich fertig, dieses Anlaufen und so. Aber trotzdem, man muss einfach sagen, es ist natürlich eine Entlastung. Und es hat ihn bestimmt sehr, sehr schwer getroffen. Weil natürlich, wenn der HSV sein Verein war und seine Liebe, tut halt weh. Aber er hat halt viele, 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 viele schlimme Entscheidungen getroffen. Deswegen war es abzusehen. Der Fußball hat sich nicht geändert. Deswegen, ja, logischer Schritt. Trotzdem, ich ziehe den Hut und wünsche dir alles Gute, mein Bester. Aber bei Hamburg wollte ich dich auch nicht mehr sehen. Also, das war meine bescheidene Meinung zu der Entlastung, zu Steffen Baumgart. Was ist eure? Schreibt es gerne in die Kommentare. Hättet ihr ihm noch mehr Zeit gegeben? Oder sagt er, nein, wirklich, also jetzt oder nie. Und wer hätte Stefan Kunz jetzt nicht gehandelt, dann wäre er langsam auch zu einem Mitschuldigen geworden. Also wirklich. Aber jetzt muss er wirklich nicht nur den Trainer, sondern auch Klaus Kosta wirklich rausschmeißen. Denn er ist auch noch dafür verantwortlich für diese Mannschaft, für diese Sahneverträge, für diese Konstellation. Also er hat auch sehr, sehr viele Fehler gemacht, die man einfach nicht mal richtig verzeihen kann. Deswegen, Klaus Kosta muss jetzt auch raus und im Winter muss er klar sauber machen bei den Spielern. Also das ist Wahnsinn. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Wir sehen uns vielleicht heute Abend beim Kick Sunday. Ich würde mich freuen. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020